Und da wo wir sind, das ist auch noch ein ganz alter Teil. Also wir kommen da noch zu Teilen, den wir herrichten und sanieren haben müssen, damit uns nichts am Kopf fällt. Aber das ist noch ein sehr originaler, alter Teil, der verurteilt wird. Eigentlich haben sie dann so ausgeschaut. Die Leute sind auch richtig sichiert worden, indem man sich mehrmals am Tag teilweise immer nachgezählt hat. Das ist dieser Denkmalpark. Damals die SS-Unterkünfte, heute diese vielen verschiedenen Denkmäler. Und hier das Lager-Tour. Und wie gesagt, da die Mannschafts-Badanken. Schaut sich beim Fenster aus, da sieht man ganz gut, bis zum Zaun und die Fundamente. Da ist ein Badakten auf der anderen Stand. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir haben dann gemeinsam ungefähr, wir wissen es nicht genau, 500 Leute ausgebrochen und man vermutet, dass so zwischen 8 und 12 davon gekommen sind. Aber wie gesagt, es hätten alle sterben sollen und es waren ganz sicher alle gestorben, hätten sie das nicht gewagt, weil es einfach der Schoss geworden war. Untertitelung. BR 2018 Das heißt... Untertitelung. BR 2018 Das ist okay. Und das war ein bisschen... Ja, das war ein bisschen... Aber ich würde jetzt nicht... Das war ein bisschen... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020